Musik Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben heute die Iskra 20.000er Kette. Ist eine Celebration Cracker Kette aus der Blitz Rump Serie, die goldene. Iskra ist eine Co-Firma von Funke, sage ich jetzt einfach mal für den polnischen Markt, soweit ich weiß. Und wir haben hier eine NEM von 153,8 Gramm. Und es ist natürlich ein F3-Artikel, da in der Kette Blitzknallsitz enthalten ist. Und preislich war es glaube ich 25 Euro. Getauft habe ich sie bei Röder. Wer mal bei Röder vorbeigucken will, Röder ist immer bei mir permanent unten verlinkt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich raus und schauen uns mal die Blitz Rump 20.000 an. So, Blitz Rump 20.000. Wollen wir ein bisschen Konfetti machen. So, Blitz Rump 20.000. So, Blitz Rump 20.000. So, Blitz Rump 40.000. So, blitz Rump 20.000. So, Blitz Rump 20.000. So, Blitz Rump​ und Ab pelos Rump 30.000. So, Blitz Rump 25.000. Bis zum nächsten Mal.